Ihr sucht das beste und günstigste Intercom bzw. Helm-Headset, dann seid ihr hier genau richtig. Somit moin moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute stelle ich euch mein Intercom vor, welches ich schon mehr als ein Jahr in Benutzung habe, täglicher Benutzung, da ich auf das Motorrad angewiesen bin und es hat mich mehr als überzeugt. Wenn ihr wissen wollt, warum es mich so überzeugt hat und warum es auch so gut ist, dass ich den Titel küre, das beste Helm-Headset 2020, ja, dann bleibt auf jeden Fall dran. Lasst gerne ein Abo da, dass wir die 200 Abonnenten vollkriegen. Auch gerne ein Like und einen Kommentar, wie ihr einen teilen, wer mir natürlich auch sehr wünscht. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Fangen wir mit dem Äußeren des Freedcon T-Com SC an. Das Intercom besteht aus einem Hartplastik-Buddy, allerdings ist es überzogen mit einem schönen Gummi bzw. es fühlt sich an wie so ein Gummi, ist natürlich auch irgendwo für die Wetterresistenz da. Fühlt sich auf jeden Fall schön an und auch schön hochwertig. Es sind zwei Tasten zum Steuern an Bord, wie ein Lautstärkeregulierer. Ein kleines Display zeigt an, in welcher Funktion man aktuell ist bzw. welche man benutzt. Unten haben wir einen Mini-USB-Anschluss, worüber die Musik wiedergegeben wird bzw. auch das Intercom geladen wird. Kommen wir nun zu den Lautsprechern und dem Mikrofon. Diese sind alle mit einem Kabel verbunden. Die Lautsprecher passen in alle gängigen Helme hinein, die eine Vorrichtung für Lautsprecher haben. Das Mikrofon wird ganz einfach mit Klett vorne angebracht. Die Kabel von den Lautsprechern wie von dem Mikrofon kann man ganz einfach hinter der Helmverkleidung hinumführen. Die Tonqualität der Lautsprecher sind für meinen Geschmack ganz gut. Natürlich darf man hier natürlich keine Wunder erwarten. In den Tiefen fehlt es leicht an Bass, aber grundlegend kann man sagen, die Lautsprecher sind gut zum Musikhören und zum Reden mit dem Kollegen bzw. zum Telefonieren. Das Mikrofon hört sich so ziemlich an wie so ein, ja ich sag mal so 50 Euro Gaming Headset. So kann man das einordnen ungefähr. Funktioniert, er füllt seinen Zweck und gut. Kommen wir nun zum Funktionsumfang des Helm Intercom von Freedcon. Wir haben einmal ein FM Radio an Bord, wo man wirklich sagen muss, dass es zum größten Teil eiwernfrei funktioniert. Es gibt viele Intercoms, wo das überhaupt nicht funktioniert, nur Rauschgeräusche gibt. Die haben wir wirklich nur dann, wenn wir durch Wälder fahren. Also wirklich nur leichte Rauschgeräusche. Also man hört doch klar den Ton. Allerdings mit einem kleinen Rauschen, aber es stört nicht weiter. Durch den Wind ist es natürlich sowieso gleich verflogen. Also wirklich größtenteils muss man sagen, haben wir einen klaren Ton. Und somit kann man auch ohne Probleme, auch ohne Handy, Radio hören. So, nun kommen wir zur Bedienung. Die ist wirklich unkompliziert, wie ich finde. Und die kann auch jeder verstehen, der das Ding neu in die Hand gedrückt bekommt, weil es wirklich simpel ist. Einmal lang auf die kleine Taste drücken, startet das Intercom und zum Ausmachen macht man dasselbe. Wenn man die Bluetooth-Funktion benutzen möchte, drückt man gar nichts weiteres. Somit, wenn es an ist, lässt man es zweimal piepen. Dann werden oben die Anzeigebalken angezeigt und somit ist das Ding mit dem Handy verbunden. Und man kann gleich Audio-Wiedergaben übers Handy starten. Wenn man Radio hören möchte, muss man zweimal hintereinander auf den großen Knopf drücken und dann kommt man in die Radio-Funktion hinein. Und dann kann man mit rechts oder links den jeweiligen Frequenzbereich suchen, beziehungsweise einstellen, welchen Radiosender man hören möchte. Und durch langes nach hinten kippen oder nach vorne kippen, kann man die Lautstrecke regulieren beim Radio, wie auch natürlich beim normalen Benutzen übers Handy. Kommen wir auch noch zu weiteren Details, die in meinen Augen wichtig sind. Laut dem Hersteller sollte man bis zu 100 kmh alles problemlos hören. Meine Erfahrung sagt, dass man sogar bei bis zu 130 kmh GPS gemessen, sprich echt nur 130, bei voller Lautstärke immer noch alles akzeptabel gut hören kann. Also man hört immer noch die Musik, man versteht immer noch einigermaßen alles was gesagt wird. Deswegen finde ich das wirklich gut. Also es ist besser, als der Hersteller angegeben hat. Die Batterielaufzeit ist auch besser. Fried gibt nämlich an, dass sie nur 8 Stunden beträgt und dann sollte man das Ding laden. Meine Erfahrung hat gezeigt, ich kann das Ding durchlaufen lassen, 12 Stunden lang und dann war es erst komplett leer. Nach 11 Stunden hat er mich ca. akustisch gewarnt mit einem kleinen Piepton, dass der Akku demnächst leer ist und dass man laden sollte. Dann ab diesem akustischen Ton hat man ungefähr noch eine Stunde Zeit und kann noch weiter hören. Was natürlich bei so einem Intercom auch ganz wichtig ist, man fährt auch mal durch den Regen. Geht es dann kaputt? Ja, nein. Meine Erfahrung hat gezeigt, es geht überhaupt nichts kaputt an dem Ding. Das Ding hat Starkregen ausgehalten, Nieselregen, alles mögliche. Das Ding hat immer funktioniert und funktioniert jetzt auch immer noch tatellos. Allerdings muss man auch dazu sagen, ins Wasser würde ich es jetzt nicht unbedingt werfen, aber Regen, Spritzwasser geschützt ist es auf jeden Fall dadurch. Kommen wir noch zum kleinen Manko von unserem Intercom. Da muss auf jeden Fall Freed nochmal nacharbeiten. Ist jetzt zwar nichts Tragisches, aber man muss es wissen und ich will euch hier nichts vorenthalten. Am Mini-USB-Kabel, den man in das Headset einsteckt, das wir Ton und Mikrofon haben im Helm, ist leicht verbogen und es kann sein. Es wirklich kann sein, da habe ich die Erfahrung auch schon selbst gemacht, dass es wirklich manchmal keinen Ton hat, nur links oder rechts. Da muss man es richtig reindrücken und dann funktioniert es wieder. Aber muss man wissen, würde mich jetzt aber nicht unbedingt vom Kauf abraten. Das Ding könnt ihr bei Amazon für um die 60 Euro bestellen und deswegen sage ich euch, das ist das günstigste und in meinen Augen auch das beste Helm Intercom. Weil wir haben alles an der Produktpalette geliefert. Radio, Bluetooth, Noise Cancelling und, und, und. Wir können miteinander reden. Also für 60 Euro bekommt man wirklich ein Helm-Headset, was wirklich tadellos funktioniert. Also eines der Besten. Wir haben eine Ewigkeitenlange Akkulaufzeit. Wir können bis zu 130 GPS einigermaßen noch alles verstehen. Klar, das einziges Manko ist das, was ich gerade angesprochen habe. Aber ich würde sagen, für 60 Euro kann man nichts falsch machen. Und ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Und das war kein Werbevideo. Ausdrücklich soll es nochmal gesagt sein. Das ist wirklich meine persönliche Überzeugung. Mir hat das Ding wirklich bombastisch gefallen und gefällt es immer noch gut. Und ich werde es natürlich jetzt auch noch weiterhin benutzen. Link zum Produkt findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise das Review hier, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo, dass wir die 200 Abonnenten vollkriegen, ein Like und einen Kommentar freuen. Teilen hilft dann ganz natürlich auch noch. Und dann kann ich nur noch sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, ciao.